Auf alle Fragen eine Antwort parat haben – das ist die Aufgabe des BKB Kundencenter. Aber wie schaffen sie das? Schaut, dass die Mitarbeitenden im BKB Kundencenter auf alle Fragen eine Antwort wissen, tut Magali Defekach, sie ist die Leiterin des Teams. Ja, Magali, wie stellt ihr dir sicher, dass ihr immer eine Antwort geben könnt? Die einfache Antwort, wir haben super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht etwas ausführlich, wir haben eine sehr breite Ausbildung durchlaufen. Zudem gehört auch eine Art Glossar, wo man alle Anfragen, Antworten und Hilfe für unsere Mitarbeiter zur Verfügung findet. Und sehr wichtig ist, den Kunden gut zuzuhören und die richtige Antwort zu liefern. Wir haben auch ähnliche Kundenanfragen, z.B. auf unsere Digitalangebote, Trend, BKB App oder Kartensperren. Und das hilft natürlich, für die richtige Antwort zu liefern. Jetzt ist es leider so, dass nicht alle bei ihren Fragen höflich sind. Wie arbeitet es dir, immer freundlich zu bleiben? Zum Glück haben wir nicht so oft unendliche Anfragen. Wir sind durchschnittlich bei ein bis zwei Kundenanfragen pro Mitarbeiter pro Woche. Und unsere Strategie ist einfach gut zu hören und mit Empathie mit ihnen zu begegnen zu sein. Und unser Ziel am Ende ist, unsere Kunden nachhaltig zu begeistern. Danke vielmals Magali. Das BKB Kundencenter hat übrigens nicht nur auf alle eure Fragen eine Antwort, sondern bietet auch verschiedene Services an. Z.B. zum Eröffnen von einem E-Banking-Zugang oder Beratung in den Bereichen zahlen und sparen. Die Kontaktdaten zum Kundencenter findet ihr auf unserer Webseite bkb.ch.